Es ist schwer zu sagen vor dem Spiel, was passieren wird, aber ich bin zuversichtlich, dass wir gewinnen und etwas Positives mitnehmen. Die letzten drei Spiele sind nicht so gut verlaufen, aber früher haben wir auch schon gegen Gladbach gewonnen. Jetzt müssen wir nicht zu viel aus den letzten Spielen machen, weil jetzt eine ganz andere Mannschaft hier ist. Unsere von Gladbach ist auch eine andere Mannschaft da, deswegen wird es ein ganz neues Spiel jetzt. Aber natürlich wird es ein guter Test für uns sein. Auch die letzten drei Spiele sind ziemlich gut verlaufen, aber Gladbach ist schon ein besonderes Spiel und ich hoffe, wir können uns freuen.